Herzlich Willkommen bei Destiny 2, hier ist euer Herr Gamer und heute mache ich heute für euch DemoStrike, heute mal die träumende Stadt, 15.10, passt nicht, 15.50, ja, und ich lasse, endlich habe ich, endlich, boah, das reicht schon, das war zu viel, habe ich endlich gesagt, endlich habe ich alle Rüstungen und alle Waffen 1590, endlich. So, hm, passt so gut, kann ich mir auch aus, alles, alles durchbrezeln, durchbrezeln, durchbreiten, spalten, hm, das, das hat sich geräumt. Durchbrezeln, durchspalten, richtig durchspalten. Ja, wenn die Waffe noch jung ist, mit Level 17. Ich baue genug, da habe ich schön, ah, 1500, ich baue uns 2000, da kann ich endlich Masterwerk. Ach, ja, die gute alte Cidia, die Töne, die Töne, die Töne, die Töne, die Töne, die Töne. Wir nennen uns den Tempel, Petros. Verstanden, Embry. Per sofort, Ja, das hat viele M Die Töne, die Töne ist entsetzt wird viel UV-ge Lao-лена, Herr Pfing. Oh, mehr. Diese TDront hat er sich wirklich her exposed, als eingeladen wurde. Was ist ein Abstand der Annimenaż? Nicht so gut, bis es nach Pfeil吗? gut steigt ins herz des tempels hinab ihr sucht eine der tech jens der königin ihr hüter nennt sie tech hexen ihr name ist sie dir sie ist eine besessene kann aber gerettet werden sie wird versuchen dich auszuschalten und auch wenn du es gerne tun würdest verschoben sie dass mich mal einen blick auf die konsole werfen ja 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bin Saan. Das war's. 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 Das war's.